Mist! Mist! Ich wollte den von da vorne spotten. Ich glaube, einmal fährt der ab in die Abstellanlage. Ich versuche es einfach von hier aus um die Brüse zu machen. Mit unserem Konnexie E. Duisburg. In meiner Einbahnstadt. Sparda Bank. Schade. Sehr sehr schade. Mal schauen, wann der wieder reinfährt.